einen wunderschönen guten abend liebe leute ja hi und live also geil von den machen von rick und morty also ziemlich abgedreht ziemlich durch den wind so spielstand hat er wohl übernommen von der xbox dann gucken wir einfach mal also maverick freudig das ist völlig abgefahren das spiel boah jetzt weiß ich gar nicht wie das funktioniert also welcher forschen oder die nächste kopfgeldjagd starten das war hier mit der kopfgeldjagd ja ich wie gesagt ich kenne das nur von der xbox steuerung ich habe keinen blassen schimmer wir werden es gemeinsam herausfinden douglas jawohl dann gehen wir mal gucken ich will es trotzdem immer noch sehr leise ach so ja ich hatte das ja so leise gemacht weil in fortnight so laut war die waffe ist halt sehr geil die labert die ganze zeit nur müll ja jetzt ist lauter gibt es ja keine deutsche sprachausgabe anscheinend nicht ne jaja genau das nur an dem zeug labern folge auch vielleicht soll ich meine kamera woanders dahin wie wärs mit oben rechts glaube ich besser dass man das viel sieht oder wollen war unten links alles glaube ich ganz gut ja mit oben rechts wird der chat verlauf wird dann über die die waffe gehen da das ja alles so rechts unten lastig ist das glaube ich links unten ganz gut da ist ja nur das radar und steuerung ich denke das ist so ganz okay so aber ich muss mal die dpi ein bisschen runter schrauben ja ich glaube das ist schon smoother das flucht die ganze zeit das ist so geil was haben wir denn hier ich kann mich an nichts mehr erinnern so wo sind wir denn das ist springen zielen zielen ist schon geil sandwürmer wo sind wir denn hier auf dune oder in dune kann ich da hoch ich habe doch irgendwie so ein so ein grappling hook wie war das denn schießen griechen infoskanner inventar da hinten ist was ich will ja trotzdem hoch ach guck mal hier zeigt mir das ding an äh f vielleicht f ist messer schießen schießen er ist nachladen natürlich e nein v ok warte ich muss mal kurz checken steuerung ja nicht ja das ist für controller optimiert das fällt mir gerade wieder ein schießen aber ich hätte gern die info zu maus und tastatur da vorwärtsblatt jpeg schießen interagieren ausweichen mit steuerung kenniker sweezy creatures let's do it neu laden nächste waffe mausrad so ist richtig na kampf f zielen sprinten trickloch ah stimmt trickloch gibt es ja auch noch schweben infoskanner was ist denn schweben da sind die verschiedenen waffen das ist auch geil oh hier da ist was die augen oder so geil oder geht was da geht was moin mir na wie geht's blöde viechers so erst mal rauskriegen oh ich schätze probleme das ist ärgerlich das ist ärgerlich boah ich weiß es nicht mehr kann man sich da dran hängen wie war das denn mit dem grappling hook wenn ich mal so nennen darf lautstärke ok lautstärke ok ok let's get to the good stuff und wie war das denn die 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 ah stimmt der kann so dinge ansaugen na komm wir erstmal weiter gucken so die ersten level waren geil es waren so richtige bunte wälder wie bei avatar zum beispiel ja crazy spiel auf jeden fall völlig abgefahren was war denn das sind das diese teleport dinge wo ich dann zurückkomme wir gehen mal weiter guck an wo geht es denn hier hin das sieht aber gar nicht mal so gut aus ne wallruns ich erinnere mich aber da komme ich jetzt so gar nicht hin naja kommt irgendwas abzustauben okay da liegt was ein lebender koffer na okay oh oh hey hey chill out we're cool okay so how you wanna handle this tough guys like this only respect other tough guys so don't embarrass me you think you could just walk up into a mac and chief brothers construction site like you're some sort of fucking jesus christ and just fucking walk around like you're in the place there's a goddamn bottomless pit over here asshole you think you could survive that falling through a fucking bottomless pit down to the bottom i don't think so we got work to do okay dipshit get the fuck out of here asshole you know hey fuck you you piece of shit you walk in here you're pissing me off me and my mac and cheese brothers were pissed you know we're getting fucking angry we 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 we're hot headed over here we don't like this shit we don't like when somebody walks in stomps all over our fucking uh garden so to speak metaphorically this is our fucking garden and you're walking all over the fucking plants we just all the seeds we just planted you son of a bitch you know we're busy over here you fucking piece of shit hey what the frig what the frig hey what's your big deal you oh i can't believe what do we have here hey 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 easy 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 oh i can't believe this what what is your big deal sei durch nicht so zu mir verfolgen wir mich ich kann das doch irgendwie also mal kurze erklärung ich erinnere mich gerade ein bisschen so an den anfang wie war das aliens landen auf der erde und töten einfach alle und ich kämpfe dann gegen die und gehe dann in den ihr raumschiff und hau damit ab und kommen bei denen in der dimension raus irgendwie und jetzt bin ich ein mensch in einem anzug der da halt in dieser alien welt rum rennt und irgendwas machen muss keine ahnung ja so war das irgendwie also ich bin der einzige einzige mensch hier und es war voll geil dieses haus wo ich da eben war am anfang das ist noch mein haus auf der erde wo dann halt die alien so ein portal hingebaut haben mit dem ich dann reisen kann ja shit hoch komme ich aber auch nicht mehr wenn man sich noch an die steuerung erinnern könnte war das nicht so ein brücken ding was man umlegen können ich weiß es nicht mehr ja ich gucke nur was war denn das hier? Attacke auf Kuh? Betreten. Oh, was ist denn das? Wow. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Look man, look. You don't got to be so quick to shoot. That's all I can say. These are just working class folks. They're doing their jobs. How dare you? I'm Jimmy Mc and cheese and you killed my brother Joey Mac. ... What the hell you doing? Jimmy Mc&G's. Hm, okay. Also irgendwo müssen wir da rüber. Was ein Gelaber. Können wir vielleicht gar nicht von hier darunter jumpen. Hat das Falling Damage? Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Nee. Nice jumpen. Was ist denn? Oh. 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 die konnte man irgendwie öffnen diese lava dinge da war doch was aber nicht so pistole und dann kuh vor das brett wie meinst du nee hör auf jetzt kommt er nicht mehr hoch und sich ums eck alles weit springen vorwärts und drücke dann left control um in der luft vorwärts zu sprinten ah ja ok warte mal anlauf so geil da sind immer diese grünen stellen und da kannst du mit kuh davor schießen ok 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 ist das das da kann man nur um die ecke schießen damit wie war das denn noch da an der wand ist ein grüner punkt grüner punkt hast du gesehen also nicht der da habe ich ja gerade hingeschossen das ist immer das problem wenn man mal so ein ach so ok verstehe verstehe toffel ach so langsam aha du kleiner cleverer bastard sehr gut sehr gut ja das problem ist immer ich probiere dann spiele aus und finde sie cool und dann spiele ich sie erstmal nicht mehr und dann vergesse ich die steuerung ohne das war nix oder wir gucken mal nee das war nix das kriege ich auch nicht mehr zurück oder ist das denn so vielleicht ist zu weit ja gut dann gehen wir mal da hoch und finden mal heraus wo wir eigentlich sind reggie frosch was ist das hier für ein ort oh muss ich jetzt erst die falltasten nehmen ah bis dahin hast du auch gespielt cool das waren schon ein paar stunden ich finde das so geil wie die reden halt auch ne der slang stimmt guck mal wie geil guck mal tue guck mal guck mal guck mal guck mal Oh, danke. Das ist nett. Ein Zeus ist da. Was haben wir denn hier? Ah. Okay, gehen wir mal rein. Guten Abend, junge Mann. Na, alles im Lot? Let's get him! Hey! Ach, ich schieße langsam die Knarre. Ah, hab ich schon. Ah, der Anzug wird immer weniger. Ja, machen wir ja. Oh, der Totenskelettspieler ist wieder da. Hehehe. Hast du grad auf mich geschossen? Tu's lieber nicht. Dragtown. So, dann holen wir den Frosch mit die coolen Augen. Oh, look who needs me. Dragtown's past here. I just stand around and tell people that. What's up there, dog? We're looking for Douglas. What, like G3 Douglas? Uh, yeah. It's his job to be down there. I heard he was partying on the car last night down. Hey, I can't let anyone in right now. There's too many recruits causing trouble in town. I get in trouble when that happens. So, I'm gonna keep the gate locked until they stop. Or get killed. Wink, wink. Oh, okay. I see what's happening here. You want us to kill them. Whoa, I didn't say that. I just said wink, wink. And, okay. Yeah, that's what I meant. So, go kill them and I'll let you through. Ja, machen wir. Die West Side und die East Side. Aber nicht da drin, oder? Ne. Außerhalb, damit ich da reinkomme. Let's get ready for supper, dear. I'll be there real. Ich höre jemanden reden. Okay, gehen wir mal da hin. Das ist wahrscheinlich die East Side. East Coast. Oh, da. Stimmt, schieße sie langsam. Stimmt, schieße sie langsam. Läuft. Irgendwas getroppt? Nö. Oh. Ich sehe keine. Oh. Da. Merks only. No bounty hunter is allowed. Das sagt wer. Ja, da war keiner. Oh, da hätte ich die Kiste. Da müssen wir eben hin. Oh. Wollow. 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 So. Mal gucken, was uns hier erwartet. Nichts. Da ist nämlich zu. Okay. Das grüne ist bäh, wenn ich mich recht entsinne. Das sieht schon ziemlich bäh aus. Oben ist eine Kiste. Die schnappen wir uns natürlich. Ki-ha. Jo. Ist nur nicht ganz. Oh. Hier. Oh Was the plan Ja ihr komischen aliens Ja ok Geil Kopf geplatzt G3 Causing trouble You know somewhere around town We should we should maybe Deal with it Thank you so much for saving me Oh my god thank you You know what I kinda I'm kinda thinking I would have fucked him So now I I don't know I'm gonna go think about that See ya later Either my brain is attached Or this motherfucker just disappeared Zack Ich mach euch alle platt Kommt her Oh touch me again Touch me again I need it Ha 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 Tickerisch Wäre ich das gesagt? Touch me again I need it So Warte mal Hier so Ah da steht wieder einer Ach ich muss Wahrscheinlich in jedem Gebäude Die Leute Befreien Das könnte sein Sorry Kento There's no laws on this asteroid We cannot make any rules If you live here You have to be okay With uh No laws Hello Okay die East Side ist aufgeräumt Buddy ist jung Oh sicher die Kiste Naja Da oben war auch noch jemand Und Okay dann gehen wir mal Rüber Die West Side aufräumen Oof More drunk recruits Come come These little guys barely even count Next time don't join the G3 Red Don't Also auf einmal Now Mail needle ABC naja wir können jetzt ich will trotzdem mal kurz gucken ein saloon das klingt unter spaß ich glaube das ist ein klischee zu sagen aber nein ich frage das unterhalten können wir uns nicht mein Name ist Cake Mittens naja nicht wirklich, alle kenne ich mich als Cake Mittens weil eine Zeit habe ich wirklich drunken und habe meine Hand in eine große Kette sie glaubten es war so lustig, sie begannen mich als Cake Mittens so viel, dass ich meinen euren Namen vergessen habe sogar meine Eltern können mich nicht erinnern okay Kiste Halt es in plain sight, das ist Halt es in plain sight, well there goes my treasure Oh don't look me in the eye after taking my treasure Unless you want to give me a tip Hey, welcome to the Old Town Saloon It's just a regular Old West style saloon, you get the idea My species is really alcohol resistant Das ist ja auch scheiße, wenn du den Alkohol nicht spürst. Es gibt ja so Leute, die haben so eine Krankheit, so eine Immunschwäche irgendwie, so eine Stoffwechselschwäche, keine Ahnung. Die wird niemals voll. Wie schade, oder? Fettfinger Flutie. Ja, zeig mal. Okay, du weißt, ich will es sagen, das ist gut. Oh, scheiße. Okay, spiel weiter. Okay. Oh, kann ich da hoch? Stimmt. Na gut, okay, dann gehen wir mal in Dragtown. Also ich werde nicht rumrennen und Geheimnisse suchen und sonst wie irgendwas. Hallo mein Freund, ich will dir mal ein paar Tipps von einem Meisterkopfgeldjäger geben. Denk daran, Gegner zu erschießen und sie zu töten. Ah, ja. Gegner erschießen und töten. Tipp 2. Lass dich bei einem Angriff des Gegners nicht erwischen. Das tut nur weh. Okay, mehr habe ich nicht. Viel Glück da draußen. Warte, ich probiere mal eine andere DPI aus von der Maus. Das ist zu wenig. Bisschen mehr. Ja, so ist gut. Entdecke alle Orte in Old Town. Das für ein Vieh. Das ist Drecktown, Baby. Das ist Drecktown, Baby. Das ist Drecktown, Baby. Ja. Wir sind anscheinend aber voll. Dann gibt es nichts. So, die ganzen Sprüche brauchen wir uns jetzt nicht anhören von den Leuten. Da werden wir noch genug davon mitkriegen. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Was hast du zu verchecken? Thanks. Okay, Douglas again. This ad is about the torture. The last one was about joining the G3, but this one is about how I love torturing. It's not an ad for anything. It's just like a reminder that part of my job is also torturing people. Enemies of the G3. Random strangers who look to be funny. Anybody. I'll torture whoever. Doesn't matter to me. I just love doing it. Okay. That's it for this one. That's a wrap. Okay. Okay. Mothers against violence. Well, that falls in our favor, huh? We're not going to have to worry about any trouble in this area. Hey, I got... Hello, buy something. Taumeln. Dieses upgrade wird es Knifey ermöglichen, auf noch mehr Gegner und noch öfter einzustechen. Ja, im Prinzip nicht schlecht. Come on, hurry it up. Das Einzige, was er hat? Look, I'm a violent person, alright? That's just who I am. I can't help it. Now it's... Nehmen wir mit. Wir haben ja Kohle. Okay. Alligator. Wow, so this is what a G3-run city looks like. Anyway, yeah, I'm excited to join the G3, but I'm going to miss my wife and six kids. Oh, yeah. I had mine killed before I left, so I wouldn't feel bad. Wow, that's so smart. I'll do that too. I'm going to kill my wife and kids, so I don't miss... I'm going to do that too. I'm going to kill my wife and the kids. Alles klar. Hier kommissar. Das sieht irgendwie offen aus. Nein. Oh, man kann doch... irgendwie den Weg suchen, ne? Wie war das denn? Oh. Guck mal. Da. Also mit Tee war das. Oh, das ist doch Pfeile. Take care, mate. Was ist das mit dir? Oh, das ist doch alles klar. So syneturen, da, ja. Aber jetzt ist das jetzt ein Problem. Ja, mal headd 날� reference. Pfeile. Douglas wurde aus. Oh, ja. Derтовer war troppn auf den backern. Wie das alles von der Ehrerin, das war ja. Wie das passiert, wie es ist doch zu sehen? Wie das passiert? Guck mal, kann man believe dass sie alle das auf den Boden einer Asteroid? Ich bin nicht vertig, ich bin nicht vertig. Es ist ein guter Ort, um zu schlafen, ich meine... Aber, ja... Was? Oh, sie haben mich überzeugt! Lass uns die G3 zusammenkommen! Kann ich damit fahren, ne? Oh! Woah! Look at that! Look at that! They're fucking dealing with some Creebles over there, dumbfucks! Okay... Hey, shut the fuck up! Okay, shit! I guess, let's just kill them all! You're really fucking bad at this, aren't you? Nö... Ah, wie geht's? Fire in the hole! I lost him! I'm a faster fractional! You can hide, but you can't find! Did somebody order the lowest ranking team? Go ahead! Kill me! I'm not afraid of anything! Da war doch eben jemand! Okay... I don't want to walk away! Huh! I'm gonna T-Bag your ass! Ah ja, ich fahre so, okay. Ah ja, ich fahre so. Oh, läuft doch ganz gut. Kann man doch zufrieden sein. Ruckelt das bei euch? Also im OBS ruckelt das. Das Spiel selbst gar nicht. Null. Null Stents, um genau zu sein. Okay. Auch eine gelbe Rüstung. Sieht flüssig aus, ja, okay. Also ich sehe nur so hier im OBS, vielleicht 40 Frames. Aber das Spiel an sich ist mega flüssig. Mehr als flüssig, quasi überflüssig. Hey, hey, you can trust me. It's fine, I'm trustworthy, I promise. Was gibt's da? Nichts. Hey, hey, you. Check this out. I got some goop here. You're gonna love it. You can use it to sneak in. Come over here. How old are you? Hey, hey there. Thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? Yeah, I gotta get covered in goop. That's just how it goes. My stuff's quality. So you want some goop, right? Werde vollgeschlagen. Okay. Kackt er mich jetzt voll? Ich wurde beschissen, genau. Ich hoffe, du bekommst. Ich hoffe, du bekommst. Da-dum. Are you fucking kidding me? They have some whole thing prepared. Schule. I'm starting. Welcome. Welcome, welcome, welcome. I'm sure you already know who I am, but for anyone living under a rock, I'm Douglas, G3 chief of training and torture. And wouldn't you know it, I like to blur those lines a little. Training, torture. What's the difference, I say? Look to your left. Now look to your right. Both of those people are gonna die today. You are about to jump right into an accurate warp-based simulation of what it'll look like to be on the real battlefield. And let me tell you, you're probably gonna die. But hey, if you don't, you get to join the G3. Big whoop. All right, that's it. Lock and load, fuckers. Oh my God, is that... You saw that, right? I got torturing to do. That was a Gatleon. Douglas has a Gatleon. We got a rescuer. Jesus, these fucking Merkeloids. Well, fuck, here we go. Shit, I hope it's not too difficult. I don't care if I die. You couldn't. More cartel, head this way. Fuckin' kill every one of you little pieces of shit. I'm gonna have to find your opera for mercy and kill you. You just ran away? Holy shit, that's embarrassing. All right, that's the last of them. Right? Oh, okay. You beat all the weak guys. Easy. Really easy. Now go do the obstacle course. Oh, okay. Oh, scheiße. Schleichwerbung. Shit, this must be the beginner course. Come on. I'm slipping. I'm slipping. I'm slipping. Really? You got hurt? That looked like it should have been easy. Whoa, whoa. You're not messing up, Chris. Oh, God. Oh, fuck. I have a pacemaker. One zap would kill me. Okay. Okay, let's just get this over with, please. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. You should get that fucking jump. God damn. That was a little... That, we made it. That was a little tough though. Congratulations, shitheads. So you made it past the first training exercise. Big deal. That one was easy. We lied and said it was hard to scare you. Oh, it's fun to freak you out. To fuck with your heads. Now get ready for exercise two. Starts in one hour. That's right. You have to wait a full hour. Aber keine echte Stunde, oder? Tür. Ah. Ah, hier ist sie. Gehen wir mal gucken. Badaboom. Ja. Ah, hier war das mit. Ne. Jo, dann ist er halt voll, ne? Oh, der Schleim ist weg, ja. Ich versuch dir zu folgen. Oh. Ich versuch dir zu folgen. Oh. 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 Du hast es geschafft. Du sagst die Tür ab. Lass mich immer mal zum Lager aus. Dehst du es meinen persönlichen Gäste. Oh, komm mal. Du bist ausreichend, er war einfach. Oh, du sagst, du gehst zu Douglasu auch? his office is that big building up on top of drag town but there's a zip line just past here that'll take you right to him oscar der röhren octopus ja auf der xbox hatte ich das im grafikmodus gespielt also anfangs zumindest da läuft sie nur auf 30 frames oder uns noch mal gucken wenn wir die die andere lane ich will die andere lane kann ich wechseln bestimmt ja muss ich sogar oh sieht aus wie eine arena ok ok hab ich vor das ging schnell ok 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 All right. Oh, fast. Oh. so geile mit aber ich finde es krass wie ich treffe ich glaube ich habe die dpi mal ordentlich eingestellt was Ich würde was für ein Moppel ausschlagen, tatsächlich. Okay. Das ist der Ausgang hier. Sammle-Kristalle von den Warp-Antrieben in den Warp-Basen. Äh, ja. Was? Ist doch grün, grün ist doch gut. Okay, was für Warp-Basen. Hm. Hm. Wo soll ich hin? Nicht da hoch. Machen wir ein schlaues Ding ins. Ah, guck mal hier. Ja, sind jetzt mehrere solche Dinge oder muss ich da rein? Ja, ich muss da rein. Okay. Hallo. Dieser Tweak-Typ ist echt nett. Alizie war meine Schwester, ne? Oder ist meine Schwester. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. 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 Hallo. Ja. 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 Ich glaube das war nicht gut Das ist besser Oh fuck was hab ich jetzt gemacht Okay Ja ja ich guck ja nur Oh nein Du bist da hoch Genau du Hä? Deine Operation hat sich festgefahren Ah jetzt hat das geschnallt Die Bolo Oh Oh Amazing amazing you did it again Douglas's office isn't too far from here I'm going on ahead I'll see you there Hey good luck little guy okay I really do I like that guy I'm in a perfect world I'm hoping that Douglas doesn't just shoot him dead Oh Oh Ja Ja Wollo Wie sie aussehen die Mütter Oh Irgendwie konnte man doch auch den Slow Also verlangsamen Oh Das weiß ich alles nicht mehr Okay Dann müssen wir da hoch Gucken was wir hier verpassen Die Beleuchtung ist auch ziemlich geil ne Wenn ich mir das mal so anguck hier Echt schön Okay dann müssen wir da unten rum Oh Schade zu Halt Laden Kann ich nochmal Nein Oh 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 Ich dachte ich hätte noch jemand gehört Ah da Quick question Who do we kill Was zu looten Ne Geht rein Oh ne Okay Hätte er sein können Fuck off Bullets Marie Antoinette So I I think we should do Paco though I I I I I To To I alles zu muss ja eine zug ansteigen hält irgendwo ok was gibt es sonst noch das versteckt irgendwo das ist auch irgendwie gar nicht so ausgeprägt in dem spiel wenn ich mich recht entsinne also nicht viele versteckte dinge das ist alles leicht findbar hier kiste ich versuche es nicht ah brücke brauchen wir den so nicht hier ein paar tonne ok auf jeden fall muss ich später dann hier hoch mit sich über die brücke kommen so aber nicht toffel allwissness orakel grottemulch einen wunderschönen guten abend vielen dank für den raid aber immer noch lässt was part 2 sehr cool sehr cool ich hoffe es geht gut ja wie du siehst irgendwie kann man durch jetzt gucken wir hier mal bei high und live weiter was ja ziemlich cooles spiel ist schon fertig damit ja geil mir geht es ganz gut muss ich sagen ist zwar montag ne ist schon was anderes ne absturz hatten wir vorhin auch schon nach fünf minuten oder so aber seitdem nicht mehr vielleicht haben wir jetzt glück jetzt muss ich noch einmal rausfinden wie ich diese blöde brücke da umklappen kann oh zeus macht fortschritt normalerweise macht man diesen hier und dann fällt so ein ding um aber irgendwie funktioniert es nicht vielleicht hier kann ich auch nichts machen ich habe mal drauf schießt ja ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht gestern war gar nichts gestern haben wir zwei stunden drei minuten und war gar nichts fortgezockt halt ne und es ist einfach nichts passiert und heute ging es sofort wieder los na eben war doch ein guter winkel so vielleicht ah jetzt ja ein gerinnsel ja genau das ist wieder so ein typischer montag ne oh fuck oh fuck da war ja gar kein boden mehr dahinten oh wie war denn das noch mit den wallruns völlig vergessen puh ne so nicht so nicht typisch montag gebe ich dir vollkommen recht muss ich vielleicht doch mal hier nochmal ne da tut sich aber nichts geschafft oh ein gegner kommt her mach ruhig platt oh oh stech dich ab zack oh oh andere woche hier wer ist täsch ok ok hat er oben erledigt so geht das oh another wave are you kidding me you know what that's what they get for joining the g3 you know i i guess i don't i don't know ach was das ist doch nicht rough ist das der weg oh ja das ist der weg dann mal kurz gucken haben wir irgendwas looten können nope ok dann jaja das ist so geil gemacht am coolsten ist eigentlich eigentlich der frosch hier der doch einen geilen slang kennst du das spiel gar nicht das ist total geil aber mit der hast halt immer nur drei schuss und langsame schüsse dafür ist von den machen von rick und morty das ist das ist Das war Swoopy. Ja, das war's, was ich gesagt habe. Plimmy, Froopy und Swoopy. Here I come. Swoopy, Choopy. Warum muss ich wieder... Oh, fuck, ja. Ready, Benny Hunter? Wieder Rätsel lösen. Also. Der geht da lang, da lang. Ist das okay hier? Wo muss er hin? Da muss er hin. Okay. Dann fangen wir doch da unten an. Ticko to Puzzle School? Da habe ich mal für die Ewigkeit in einem Clip gesehen, aber voll vergessen. Da hört man richtig an den Stimmen. Das ist echt... Als das damals rausgekommen ist, habe ich das mal angezockt gehabt. Habe es für gut befunden und habe es auf die Seite gelegt. Ja, und dann sind so viele Dinge passiert. Dann habe ich ja die... Den... Road to Forza gemacht. Oh, das passt nicht. Das passt nicht. Ja, ein Ruckzuck war... Die Zeit rum. Oh, warte mal. Das muss anders. Kann ich das? Wo geht denn das denn? Das geht nirgendswohin. Oh, wow. Warte mal. Wenn wir den Weg hinnehmen. Okay. Dann so. Dann so. Dann so. Oh, pass auf. Nein. Verdammt. Verdammt. Puh, okay, okay. Wie könnte es sonst noch sein? Also das kann ja nur... ...so sein. Und das da hinten lässt sich nicht bewegen, ne? Das da. Nee. Ah. Okay. War mehr Zufall, aber okay. Ah. Geht noch weiter. Okay. 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 Hä? Läuft. Okay, da passen zwei Rohre nicht mehr wirklich über... Ja, genau. Die sind nicht, äh, bündig. Ich werde den Teufel tun. So. Da lang. Da hat er uns verarscht. Unglaublich. Ah, hier. Oh. Ist schon voll, Digga. Mach dir keine Sorgen. Oh, das riecht nach Ärger. Schluck trinken. Let's baller. Oh, zu. Töte Douglas. Oh. Bossfight. Aber echt. Und schon ist die Tür offen. Danke, Doppel. Er ist Douglas. Alter. Dann sagen wir mal richtig verarscht, ne? Oh, bewegt dich. Boas. Boas. Okay. vorsicht ha ha come oh oh ha there never was any oh oh ha 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 ne 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 Alles klar Zeus. Gute Nacht. Hau rein. Oh, neue Waffe. Cool. Sweetie. Geil. Oh, Zeitblase. Geil. Siehst du in den ersten Level? War das noch Dingens? Yeah. Das wäre geil, wenn sich die Waffen noch paaren. Oh, geh durch. Douglas, es ist Garmentuos. Wo in die Höhe sind Sie? Ich habe Sie eine komplette Fülle von Ihnen an dieser Party letzte Nacht. Nicht gut, Douglas. Nicht gut. Ich werde Sie auf dem Weg, wenn wir diese Menschen haben. Wir sind sehr schwer auf der Erde, und ich brauche mehr Troops im Moment. Nicht zu sagen, dass die Dinge starten auf die Galaxie, als die Demand geht. Scheint der nächste Boss zu sein. Guck mal, zensiert. Ach, guck mal. Ist das so ein... Oh, wenn dann... Ach Gott, Leute. Ist ja geil, dass es schon zensiert ist, ne? Das Ding für hinten. Aber wenn das Teil noch daneben steht, dann kriege ich echt Angst. Oh, hier. Poster. Oh, shit. I think that's a photo of the famous dude, who invented Translator-Mikrobes. Why the fuck does he know Douglas? Hm. Das war knapp. Das war knapp. Oh, Schnellfeuer. Cool. Oh, okay. Oh, ja. Hm. aufladen ja mache ich doch es ist wie so eine schallkanone ok ja mache ich doch coole Waffe ja das Ding anhalten den Zug oh cool coole Waffe oh nein Dös Paddel Gegenstand erhalten Müllsackbabys das dann schon wieder furzender Frightly nur ein Typ der furzt nichts besonderes nicht einmal so lustig aber ja er furzt absolut die ganze Zeit nur ständig er tut es auch mit Absicht er schiebt sie raus auch wenn er es nicht muss er ist krank im Kopf das ist ja geil die Teletubbies von High and Life das passt ganz gut so muss ich jetzt wieder zurück oder weiter ah ich kann zurück in mein Haus auf die Erde Mission erfolgreich klar wir haben Douglas getötet okay great work but uh hey there's something you should see take a look after you turn in your bounty he can't lead he's mechanical hmmm what are we going to do oh is that with you has he got a new gatling yeah the name is Sweezy get used to it you old fuck come on so geil Den er abliefern